Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 77 und ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer wunderbar geht und heute haben wir wirklich durchwechselndes Wetter, muss ich schon sagen, oder beziehungsweise die ganze letzte Woche hatten wir eigentlich durchwechselndes Wetter. Ich hoffe, ihr habt trotzdem die ein oder andere schöne Tour am Wochenende machen können oder auch am Wochenende davor oder unter der Woche, wie auch immer. Aber man sieht ja schon langsam, der Herbst zieht auf, man sieht es an den Temperaturen, man sieht es irgendwie draußen, es wird regnerischer, es wird windiger, alles kriegt so ein bisschen Herbsttouch und auch die Berge, gut, große Schneefälle haben wir ja noch nicht gehabt, außer jetzt wirklich im Hochgebirge, da hat es jetzt schon vereinzelt ein bisschen geschneit, aber so richtig winterlich ist es auch noch nicht. Insofern, wir sind jetzt also offiziell, ich kündige das jetzt hier einfach mal an, offiziell, hochoffiziell quasi, könnte man sagen, wir sind jetzt irgendwie in der Übergangszeit angekommen, wir sind jetzt im Herbst angekommen und der Herbst ist ja so bergsporttechnisch immer was Spannendes, denn plötzlich merkt man, oh, die Zeit, die rennt einem ja davon, meine Liste ist ja noch so lang, also mir geht es halt immer so. Mir geht es immer so, ich habe dann so viele Projekte noch offen und dann denke ich mir, Schei, der Sommer ist ja fast um, oder der Sommer ist um, das ist ja noch viel schlimmer eigentlich, da muss man dann richtig Gas geben, damit man alle seine Sachen, die man noch machen wollte, wirklich umgesetzt bekommt, aber gut, ganz so ist es ja nicht, die Berge laufen ja nicht davon und ein neues Jahr steht auch wieder an und vieles kann man ja auch vielleicht im Winter machen, dann werden ja die ein oder anderen Projekte gleich mal um ein Vielfaches spannender, aber natürlich, der Sommer ist ja schon was Schönes. Ich persönlich finde ihn sehr schön, gerade im Bergland, ich bin ja eher auch der Sommermensch in den Bergen und deswegen heißt für mich Herbstbeginn auch immer so ein bisschen Abschied nehmen und das fällt mir auch ein bisschen schwer und das merkt man daran, dass ich mich gleich mal wieder in den Süden verzupft habe, nur damit es mir nochmal ein bisschen gut geht mit etwas Wärme und etwas gutem Wetter. Aber gut, irgendwann muss auch ich die Realität einsehen, es wird halt wieder kälter, aber das soll eigentlich heute ja gar nicht unser Hauptthema sein. Trotzdem, das Wetter ist natürlich jetzt gemischt und deswegen passt auf jeden Fall auf euch auf bei Touren. Gewitter sind aktuell immer wieder unterwegs, auch wirklich zahlreich, auch so kleinzellige, schwer ankündbare Gewitter, also seid wirklich vorsichtig, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid. Jetzt ist mal wieder eine etwas prickelndere Zeit. Gut, starten wir doch einfach heute in das heutige Thema. Heute starten wir in das heutige Thema, genau. Und zwar das Thema Seilschaften. Das ist ein Thema, da habe ich mir jetzt schon seit längerem darüber Gedanken gemacht und immer wieder sprechen mich auch Leute darauf an. Auf der einen Seite einige von euch, die sagen, ja, sprech doch mal darüber, erzähl doch mal so ein bisschen was dazu oder deine Ansichten dazu. Auf der anderen Seite sprechen auch viele Leute mit mir direkt darüber, vor allen Dingen über ihre Wünsche, über ihre Sorgen, die sie haben mit ihren Seilschaftspartnern, mit ihren, ja, vielleicht nicht nur Seilschaftspartnern, sondern auch wirklich privaten Partnern, Ehepartnern, was auch immer, die vielleicht Teil einer Seilschaft sein sollten oder halt Teil einer Seilschaft sind eigentlich. Und da kommt es dann manchmal irgendwie auch so zu den ein oder anderen Reimereien. Und deswegen finde ich Seilschaften sowas ganz was Spannendes. Und übrigens Seilschaften darf man jetzt hier auch nicht falsch verstehen. Als Seilschaft verstehe ich jetzt nicht einfach nur die Seilschaft zwischen Vorsteiger und Nachsteiger. Als Seilschaft, da verstehe ich ja wirklich eine Gruppe oder ein Team, sagen wir es besser so, weil Gruppe heißt ja schon wieder ein bisschen mehr als zwei Leute. Aber es können ja auch Zweierseilschaften im Prinzip geben. Ein Team, ein eingespieltes, gutes Team, das gerne miteinander arbeitet oder gerne miteinander in den Bergen unterwegs ist. Das ist für mich eine Seilschaft. Und das kann bei Hochtouren stattfinden, das kann auf Expeditionen stattfinden, das kann beim Wandern stattfinden. Da braucht es nicht immer unbedingt irgendwie jetzt gerade akut ein Seil und diese Abhängigkeit vom Seil. Also die Seilschaft beim Klettern ist ja, wenn man es wirklich ganz, ganz rudimentär runterbricht, eine Zweckgemeinschaft. Hätte ich den anderen nicht, dann müsste ich quasi hier alleine hochsteigen und könnte mich nicht sichern oder nicht dementsprechend sichern, könnte vielleicht nicht so schwere Sachen probieren zum Beispiel. Aber eine Seilschaft ist ja eigentlich viel mehr als nur eine Zweckgemeinschaft. Und genau darüber sollten wir vielleicht heute reden, denn die Seilschaft hat auch aus einer sozialen Perspektive heraus eine viel, viel größere Bedeutung, als wir ihr an der ein oder anderen Stelle vielleicht zusprechen wollen. Die Seilschaft ergibt sich aus zwei oder mehr Personen, die alle unterschiedlich sind. Das müssen wir eigentlich als Grundmaß schon mal annehmen, dass wir Menschen alle ein bisschen anders funktionieren. Und es gibt ja dann mehrere Arten, wie sich so Seilschaften finden, beispielsweise über die Partnerschaft. Das sind halt dann die klassischen Mann-Frau, Mann-Mann-Frau-Frau Seilschaften, die privat in ihrem Privatleben immer wieder miteinander zu tun haben oder alltäglich miteinander zu tun haben, je nachdem. Und dementsprechend kennt man sich, man vertraut sich auf jeden Fall, man weiß, wie der andere so ein bisschen funktioniert, welche Knöpfe man drücken sollte oder besser nicht drücken sollte, wenn man will, dass der Partner oder die Partnerin gleich mal schlechte Laune kriegt oder gute Laune kriegt, je nachdem. Und das alles hilft natürlich sehr stark dabei, dass man Konflikte vermeiden kann in den Bergen oder schwierige Situationen gemeinsam gut meistern kann. Das ist zumindest so ein bisschen die allgemeine Annahme, dass diese Partner-Teams, diese Ehe-Teams, sage ich jetzt mal, oder diese Lebensgemeinschaftsteams in den Bergen meistens sehr, sehr gut funktionieren. Aber dazu komme ich dann später nochmal, dass das ja in der Praxis ganz selten gesehen wird eigentlich und dass das vielleicht auch ein paar gute Gründe hat. Aber in der Realität ist es ja wirklich so, dass es oftmals eher eine Einbildung ist, dass die viel, viel besser funktionieren, diese Teams. Es gibt viel Streitereien dann in den Bergen, es gibt auch zum Beispiel Familienseilschaften oder Familienteams, wo dann viel gestritten wird, da wird viel diskutiert, weil da halt auch immer eine gewisse Note von emotionalen Erfahrungen mit einer Person mitschwingt. Und wir können das in den Bergen nicht einfach so abisolieren, dieses Private von dieser Bergsituation beispielsweise. Das ist dann auch sehr ähnlich, wie wenn man mit Arbeitskollegen unterwegs ist. Man hat natürlich immer ein gewisses Gesamtbild von den Menschen. Und es wäre ja wirklich lächerlich, wenn man jetzt versucht, sich einzureden, dass man es schafft, das abzukapseln und zu sagen, nein, also das ist mein Arbeitskollege, aber jetzt ist es quasi mein Bergpartner und egal, was der in der Arbeit so macht und wie er sich verhält und ob er ein Arsch ist oder ob er ein wunderbarer Mensch ist, das ist jetzt alles vollkommen irrelevant, das kann ich komplett ausblenden. Jetzt ist das der Bergpartner und das ist sozusagen auf Null gestellt alles, aber das funktioniert ja in der Praxis nicht. Wir wissen ja, wie er heißt, wir wissen, wie alt er ist, wir wissen, woher er kommt, wir wissen, was er beruflich macht, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Und genau das sorgt natürlich dafür, dass auch die restlichen Erfahrungen und die restlichen Situationen, die man vielleicht mit der Person schon erlebt hat, auch in gewisser Weise das Gesamtbild beeinflussen können und dann natürlich in Situationen, in denen es dann vielleicht kritisch wird oder eng wird, vielleicht mitschwingen und in gewisser Weise den Ausgang einer Situation beeinflussen können oder eben nicht. Was ich also damit sagen will ist, ja, wir Menschen sind natürlich in einer Bergsituation, in einer anderen Situation, als wir im Privatleben oder im beruflichen Leben wären, aber unterm Strich können wir das nicht zu 100% ganz ausblenden und wenn wir das könnten, dann wäre das auch ein bisschen schade, weil wir müssten die Leute, die wir eigentlich schon kennen, jedes Mal wieder von vorne kennenlernen und könnten uns eben die vorher genannten Vorteile, also die Tatsache, dass das ja Vorteile hat, wenn man sich schon länger kennt oder wenn man in einer Beziehung ist oder wenn man Arbeitskollegen um sich hat, die man kennt, dann hat das natürlich auch ganz viele Vorteile und die würden wir dann auch verlieren. Insofern wäre es ja auch irgendwie schade, wenn man sich in jedem Aspekt des Lebens immer wieder neu gegenseitig kennenlernen müsste. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, so wie das in der Realität halt ist, wir müssen das nicht und wir kennen uns und ja, diese Beziehungsteams, diese Beziehungsteinschaften, die sieht man ja dann trotzdem eigentlich relativ selten. Und jetzt wäre natürlich auch meine Frage an euch, weil es mich wirklich interessiert, ich kenne Zahlen dazu so grob und ich kenne auch meine eigenen Einschätzungen, ich kenne mein Umfeld und so weiter, würde mich aber auch interessieren, ob ihr persönlich auch in Beziehungsteilschaften beispielsweise seid oder ausschließlich vielleicht in eurer Beziehungsteilschaft drin hängt oder ob das jetzt die Beziehung in der Familie ist, also eine Geschwisterbeziehung, sage ich jetzt mal, oder irgendwie eine Beziehung zur Partnerin, zum Partner oder zum Arbeitskollegen und so weiter, wäre jetzt für mich mal zweitrangig. Mich würde in erster Linie interessieren, ob ihr eure Seilschaftspartner, mit denen ihr vielleicht öfter was unternehmt, ob die tatsächlich auch in eurem privaten Rahmen oder im beruflichen Rahmen immer wieder mal auftauchen oder nicht und wie es euch dabei so geht und ob ihr da so das ein oder andere Problem manchmal habt, das fände ich ja ganz, ganz, ganz spannend. Denn was ich aus meinem eigenen Umfeld und auch so aus den Beobachtungen der letzten Jahre immer wieder sehe, ist natürlich, ja, es gibt sie vereinzelt, diese Seilschaften, die aus Partnern bestehen, oftmals sehe ich sie streitend am Berg, oftmals funktioniert es irgendwie nicht. Das heißt aber nicht, dass es nie funktioniert, es heißt nur, dass ich das einfach schon oft gesehen habe und diese Partnerschaftseilschaften sorgen irgendwie für mehr Spannung als diese klassischen, wir sind halt quasi Zweckgemeinschaften unter Anführungszeichen, die Zweckgemeinschaft, die hat halt ein oberstes Ziel und solange diesem Ziel quasi nichts in die Quere kommt durch irgendeine Persönlichkeit oder irgendeinen Charakterzug, bleibt es sich eigentlich wurscht und man löst einfach nur die Probleme, die objektiven Probleme, gemeinsam. Das ist ja eben, wie schon besprochen, nicht so einfach bei den Gemeinschaften, die über die Zweckgemeinschaft hinausgehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass man vielleicht auch deshalb weniger Paarseilschaften sieht, als einfach quasi die zwei Kollegen, die sich irgendwie über das Studium oder über die Arbeit kennengelernt haben, mal in die Berge ziehen oder zufällig vielleicht irgendwo am Berg kennengelernt haben. Gibt es ja auch noch, dass man sich irgendwo am Berg kennenlernt und dann ist man sich vielleicht nicht so unsympathisch, steigt gemeinsam ab und dann hat man vielleicht doch einen neuen Bergpartner gefunden. Also das gibt es ja immer noch. Und insofern, das sieht man auch deutlich häufiger. Diese Teams und Gruppen, die einfach nicht jetzt weiters zusammenhängen, als vielleicht halt Arbeitskollegen zu sein oder sich anderweitig zu kennen. Aber meistens sind es halt einfach irgendwelche zwei Bergsportler, die sich auf irgendeinem zufälligen Weg eben gefunden haben und dann Touren miteinander machen. Warum sind sie also jetzt oft nicht diese Paare? Ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass man erstens mal seinen Partner ja nicht nach seinen bergsportlichen Interessen auswählt. Das wäre ja jetzt doch etwas schräg. Wenn ich jetzt quasi meine Partnerin nur suche zwischen 7a und 8a plus Kletterschwierigkeitsgrad, wäre ja jetzt irgendwie doof, hört sich auch irgendwie doof an und ist ja auch nicht so in der Praxis. Ich schätze mal, das wird bei niemandem in der Praxis so sein. Und deswegen sind die Interessen oder vielleicht auch die Ziele und die Leistungsspektren, die da aufeinandertreffen, ohnehin schon mal unterschiedlich. Wenn man dann in die Berge zieht, dann ist es ja dann meistens so, dass man ja doch irgendwie was machen möchte, was ins eigene Leistungsspektrum passt, was den eigenen Zielen entspricht. Und da findet man dann eben nicht zusammen und da zieht man eben alleine oder mit anderen Leuten los. Und deswegen glaube ich, dass es von Haus aus schon mal seltener der Fall ist, dass man diese klassischen Paarseilschaften findet, gerade wenn es wirklich in spezifischere Disziplinen geht. Also wenn ich jetzt mal nicht mehr nur von Wandern rede, sondern wirklich von Klettern in höheren Schwierigkeitsgraden. Aber natürlich gibt es auch da immer noch diese Seilschaften, die auch privat zusammenleben beispielsweise. Jetzt ist es aber auch so, dass wir gewisse, ja ich sag jetzt mal Konflikte, immer wieder ja gerade in so längeren Beziehungen oder in längeren Zusammenkünften von Menschen, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, hat. Und diese Konflikte, die tauchen ja dann oder die kommen ja dann oftmals, gerade wenn sie vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal untergetaucht wurden, die tauchen dann oftmals in so Stresssituationen auf. Und wenn man gemeinsam eine neue Erfahrung in den Bergen macht, dann kann es ja durchaus mal passieren, dass man in eine Stresssituation kommt. Oh, da ist irgendwie schlechte Bedingungen, da zieht ein schlechtes Wetter auf und dann geht es halt schon los und das habe ich doch gleich gesagt. Und nein, hast du nicht und nein, der Wetterbericht sah ja gut aus und immer passiert mir sowas mit dir und so weiter. Ich muss jetzt hier tatsächlich aber zu meiner Ehrenrettung auch sagen, mir ist sowas tatsächlich noch nie passiert. Also ich habe in den Bergen noch nie irgendwelche Konflikte oder sonst was wieder austragen müssen, weder mit meiner Partnerin noch mit sonst irgendjemandem. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, was nicht heißt, dass mir das nie passieren wird, aber ja, also bis jetzt komme ich da ganz gut durch eigentlich, denn auch meine, also meine häufigste Seilschaft ist tatsächlich auch mit meiner Partnerin zusammen und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass wir am selben Leistungsniveau oder sonst was klettern, sondern dass ich in den letzten, im letzten Jahr vor allen Dingen jetzt, in diesem Jahr 2022 maßgeblich damit angefangen habe, Bergtouren nach ihrer Schönheit auszuwählen oder nach meinem persönlichen Interesse an ihnen. Das müssen nicht immer die schwersten und spannendsten und extremsten Projekte sein, sondern das kann auch einfach mal eine ganz gemütliche Wanderung sein und wenn meine Freundin darauf Lust hat, dann machen wir das halt und ich habe da überhaupt nichts dagegen und das sorgt halt dann auch dafür, dass ich mich da angleiche und meine eigenen, meine, also Ziele setze ich jetzt nicht zurück, aber jedenfalls meine Leistungsgrenze jetzt nicht auslote und Anführungszeichen, weil es auch für mich selber gar nicht mehr notwendig ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass sowas dann grundsätzlich leichter funktioniert, wenn es dann eine gewisse Flexibilität und eine Kompromissbereitschaft gibt. Aber wenn es das nicht gibt, dann wird es halt hart. Und das ist übrigens auch keine Altersfrage. Also ich habe neulich im Wallis auch ein paar Mitte 50 miteinander streiten gehört, weil sie nicht so schnell war wie er und dann zog er am Seil und so weiter. Also da gibt, da spielen sich ja Dramen ab. Das ist ja teilweise wirklich, also es wäre ja lustig, wenn es nicht teilweise so traurig wäre. Aber gleichzeitig sollte man vielleicht auch über diese Frage sprechen, was eigentlich eine gute Seilschaft dann letztlich wirklich ausmacht. Ist es wirklich nur die Tatsache, dass man am selben Leistungsspektrum unterwegs ist? Ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man jemanden findet oder jemanden hat, der nicht unbedingt dasselbe kann wie man selber. Er kann ja auch besser oder schlechter sein als man selber. Das heißt, das Leistungsspektrum macht es dann eigentlich nicht aus. Das ist zumindest meine Meinung. Sondern vor allen Dingen kommt es darauf an, dass man jemanden gefunden hat, der mit der gleichen Einstellung vorwärts geht. Denn die Einstellung und die gewisse Flexibilität, die man in dieser Einstellung halt auch haben kann, ich glaube, die macht es dann aus, wenn es darum geht, funktioniert eine Seilschaft oder funktioniert sie nicht. Denn wenn wir mit der gleichen Einstellung auf einen Berg gehen, beispielsweise mit der Einstellung oder was planen, sagen wir es mal so, und wir planen eine gemütliche Bergtour. Wirklich gemütlich. Wir gehen da einfach so die 1500 Höhenmeter, dann nehmen wir uns drei Stunden für Zeit. So, gemütliche Bergtour. Und mein Partner, der hat jetzt auch Lust auf gemütliche Bergtouren und deswegen funktioniert das dann. Aber wenn der jetzt zum Beispiel darauf aus ist, einfach so schnell wie möglich da oben zu stehen, dann werden wir nicht miteinander zusammenfinden. Ich werde mich die ganze Zeit gestresst fühlen. Er ist gelangweilt oder hat dann halt nur Flausen im Kopf oder sonst was. Und deswegen, das würde dann nicht funktionieren. Das würde dann irgendwie so vielleicht aus Häuflichkeit nicht unbedingt zu einem Konflikt führen, aber auf jeden Fall zu einer gewissen Spannung, die in der Luft liegt, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Das heißt, die Einstellung ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir von guten Seilschaften reden oder wenn wir uns gute Seilschaften anschauen, nämlich, dass sie mit dem gleichen Ziel und mit der gleichen Ambition auch unterwegs sind. Und neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, der jemanden neuen für eine Seilschaft gefunden hat. Und das ist so ein Überdrüberhampelmann und der muss immer, der muss halt jetzt so schnell wie möglich wo oben sein und das muss jetzt alles ganz extrem sein und so weiter. Ist es dann zwar nicht, aber das ist quasi die Idee dahinter oder das sollte eigentlich die Idee sein. Und jetzt hat er dann auch jemanden gefunden, der genau das, der das alles genauso macht und die passen super zusammen. Und dann hat er mir erzählt, also wir sind da so zusammengesessen und dann hat er mir erzählt, ja, nein, das passt, das hat endlich einen Partner, der Alpinismus genauso verfolgt wie er und so weiter. Und ich saß nur daneben und dachte mir, ganz ehrlich, ich freue mich für dich. Du hast zwar ein Rad ab, aber ich freue mich für dich. Das habe ich dann auch so gesagt, weil ich kann mir da auch schlecht ein Blatt vor den Mund nehmen. Aber weil einfach meine Einstellung dazu was ganz anderes ist und auch meine Wahrnehmung, die ich von der Person hatte, beziehungsweise ich kenne den jetzt schon seit langer Zeit, deswegen insgesamt die Wahrnehmung, die ich hatte, einfach ein bisschen anders war, aber das ist ja auch jetzt vollkommen egal. Worauf ich hinaus will ist, der hat ja jemanden gefunden mit einer schrägen Einstellung und der hat selber eine schräge Einstellung und dann passt das für die und das ist ein gutes Team. Und die machen jetzt, ich glaube, zweimal die Woche oder so die Touren zusammen. Deswegen, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man flexibel ist, was seine Ziele betrifft oder seine Einstellung gegenüber einer bestimmten Sache, sondern man kann schon stur ein Mindset, sage ich jetzt mal, verfolgen. Man muss einfach nur jemanden finden, der das Gleiche genauso stur verfolgt oder der sich dementsprechend auch anpassen kann. Und ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, da wird es sehr, sehr schwierig. Und deswegen schätze ich auch zum Beispiel die Community, die so ein bisschen über die Zeit entstanden ist bei mir, die sich nämlich auf dem Discord-Server austauscht und selbst sozusagen abstecken kann, was für Leute suche ich und was für Leute suche ich nicht, dann Touren mit denen macht und wenn es passt, dann bleibt man beieinander und wenn es nicht passt, dann hat man eine Tour gemacht und hat wieder was dazugelernt und hat jemanden kennengelernt und hat was fürs Leben gelernt. Und deswegen, das glaube ich, schätze ich sehr an der Community, das schätzen auch sehr viele andere, glaube ich, an der Community, dass es eine gewisse Bereitschaft gibt, auch miteinander was zu machen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten an das Team vom Löwenmarsch, die im Namen der Community hier unterwegs waren und 100 Kilometer geschafft haben, in 24 Stunden abzurackern. Ich glaube, 21 Stunden haben sie gebraucht. Also eine Wahnsinnsleistung, weil mir das jetzt gerade so einfällt zum Thema Community. Das war eine Sache, die durch diese Community entstand, die durch den Discord-Server entstand, dass hier ein Team zum Löwenmarsch losgezogen ist. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mit konnte. Oder ein bisschen, ich bin eigentlich sehr traurig. Ich fand es sehr schade auf jeden Fall, dass ich nicht mit konnte. Ich hätte gerne die 100 Kilometer mit geboxt, aber nach meiner Corona-Infektion wurde mir dringend davon abgeraten, sowas zu machen. Was ich sehr schade finde, aber vielleicht, also das war jedenfalls nicht das letzte Mal, dass solche Sachen stattfinden werden innerhalb der Community. Und deswegen, hier wurde dann nämlich auch im Nachhinein noch gelobt. Das weiß ich noch, das habe ich dann noch gelesen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das Team so gut war und dass der Zusammenhalt so gepasst hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich mir dachte, guck mal, ihr hättet euch sonst ja nie gefunden. Und jetzt habt ihr quasi, das war jetzt sozusagen eine Parship für die Berge. Sowas ähnliches habe ich ja schon mal wo gesagt. Das ist quasi Bergship. Die Partner finden sich hier halt ganz gut und das ist natürlich eine schöne Plattform dafür. Gleichzeitig muss man auch sagen, Partner können oder Seilschaften, damit wir jetzt quasi beim Thema Seilschaften bleiben können. Seilschaften können natürlich auch giftig füreinander sein, auch wenn es jetzt im Zwischenmenschlichen vielleicht passt. Es kann zum Beispiel natürlich sein, dass man sich schon gut miteinander versteht, aber der eine, jemand ist ja sehr gerne anstachelt und sagt, komm, die Tour schaffen wir, das schaffen wir, das machen wir und so weiter. Und der andere nicht so recht weiß, aber halt dann schon mitzieht, weil er ja irgendwie auch Interesse daran hätte und so weiter. Aber es da irgendwie dann in der Kommunikation von den einen oder anderen Zweifeln nicht passt. Und da muss man sagen, da muss man wirklich sehr offen sein. Und wenn jemand einen zu Touren drängt, die man sich selber nicht zutraut, dann sollte man sehr, sehr genau überlegen, ob man sich auf das Thema einlässt oder auf die Tour einlässt oder ob man es dann nicht doch besser bleiben lässt und sagt, hey, verstehe voll, dass du diese Tour machen möchtest, aber zieh besser alleine los oder such dir jemand anders dafür. Wir kommen, glaube ich, bei der Tour miteinander nicht zurecht oder ich komme mit der Tour nicht zurecht, wie auch immer. Da muss man dann wirklich sehr offen sein, weil sonst schaukelt man sich vielleicht in so giftigeren Seilschaften auch wirklich schnell in Situationen, die man dann selber nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das gibt es eben auch. Da würde ich auch unsere Community oder meine Community jetzt nicht ausklammern. Also das gibt es auch in diesen Reihen Seilschaften, wo man einfach sagen kann, das funktioniert, glaube ich, nicht gut. Aber das ist halt auch einfach eine menschliche Sache. Man findet halt, wie gesagt, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, nicht immer auch direkt zueinander. Jetzt muss man aber auch sagen, Seilschaften sind natürlich mehr als nur eine Zweckgemeinschaft. Und wenn man sich gut versteht, dann macht man etwas. Und wenn nicht, dann nicht. Seilschaften bilden ja über die Zeit auch, so wie jetzt die private Beziehung, gewisse Erfahrungen, die man mit dem Gegenüber gemacht hat. Und auch die prägen das weitere Verhalten. Und in diesem Punkt muss man ganz klar sagen, Privat und, ich sage jetzt mal, der Berg, dürfen sich immer noch nicht zu sehr vermischen. Wie Menschen am Berg beispielsweise drauf sind und wie Menschen privat so bei dem einen oder anderen Bier quasi drauf sind, das kann nochmal sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, es gibt Leute, mit denen verstehe ich mich, so beim Kaffeetrinken wunderbar, aber in den Bergen haben die einfach ein ganz anderes Verhalten, legen ein ganz anderes Verhalten an den Tag, sind plötzlich sehr unentspannt oder vielleicht auch viel zu entspannt und interessieren sich vielleicht für manche Aspekte der Sicherheit gar nicht mehr beispielsweise. Und da kommen die halt dann nicht zusammen. Und da muss man dann aber auch die Härte haben und sagen, hey, im privaten Bereich, wir verstehen uns ja wunderbar, wir sind gute Freunde geworden, aber am Berg würde ich dich am liebsten runterschmeißen, wenn ich könnte. Also das muss man dann einfach auch so ehrlich kommunizieren und sagen, weil sonst bringt man sich im Zweifelsfall auch in Gefahren. Und das ist natürlich ein Punkt, den muss man ansprechen, auch ich jetzt an dieser Stelle. Seilschaften sind nicht einfach nur entweder gut oder halt nicht so gut, sondern Seilschaften sind entweder gut, halt nicht so gut, eher schlecht, schlecht oder halt auch sehr gefährlich. Wenn Seilschaften nicht gut miteinander zurechtkommen, wenn dann ein psychischer Druck dazukommt, vielleicht eine psychische Belastung dazukommt, vielleicht, dass man sich in den Erwartungen und Anforderungen des Anderen nicht ganz versteht oder nicht ganz miteinander zurechtkommt, dann kann das natürlich auch gefährlich werden, eine Seilschaft. Gerade in dem, was ich vorher gesagt habe, dieses Hochschaukeln. Da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Und vor einiger Zeit kam jemand auf mich zu, der sagte, es ist wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, so für die Berge, so einen Partner zu finden. Das ist extrem schwierig. Und mir ist das dann auch egal, ob man privat miteinander zurechtkommt oder nicht. Wenn es in den Bergen passt, dann reicht mir das mittlerweile schon, weil ich finde einfach niemanden, der die gleichen Ambitionen hat wie ich. Und das fand ich recht interessant, aber ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil ich mir dachte, wir Menschen sind schon sehr, so sehr intolerant gegenüber, ich sage jetzt mal, den schrägen Vögeln geworden. Und wenn wir uns jetzt einfach alle mal als schräge Vögel bezeichnen, inklusive mir natürlich, dann sind wir intolerant gegenüber allen anderen Verhaltensweisen von allen anderen Menschen geworden, dass wir manchmal vielleicht auch anfangen, die Rahmenbedingungen so eng zu stecken, dass wir einfach selber nichts mehr finden, dass wir selber keine Menschen mehr finden, wo wir uns anschließen können, wo wir einfach eine Seilschaft bilden können. Und gerade am Berg sollte man wirklich lernen, auch wenn es heute in der heutigen Zeit gesellschaftlich immer besser funktioniert, dass man unabhängig voneinander leben kann. Am Berg können wir oftmals nicht unabhängig voneinander überleben. Und ich kann garantieren, dass Seilschaften, die privat die besten Freunde sind, auch manchmal am Berg extrem scheitern werden. Ich kann auch garantieren, dass es Seilschaften gibt, die sich privat brutal zerstreiten, privat überhaupt nicht miteinander zurechtkommen, aber am Berg wunderbar funktionieren. Ich kann das deshalb garantieren, weil ich beides in meinem Umfeld habe. Ich kann mit Menschen wunderbar auf der Couch sitzen, mir irgendein Spiel im Fernsehen oder sowas ansehen, dabei irgendwie was trinken, plaudern und so weiter. Das geht alles wunderbar, aber sobald wir gemeinsam einen Fuß in eine Seillänge von irgendeiner Natur setzen, könnte ich denen halt wirklich den Kopf abreißen. Und umgekehrt gibt es das aber auch, dass ich wirklich Leute habe, mit denen ich am Berg blind vertrauen würde und mit denen ich am Berg gerne unterwegs bin, aber mit denen ich privat einfach nichts zu tun haben will, weil die einfach andere Ansichten haben, weil die andere Hobbys haben, abseits davon, weil die auch einfach mir nicht sympathisch sind, weil die einfach ein ganz anderer Charakter sind und so weiter. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch akzeptieren. Und da darf man, also man kann schon wählerisch sein. Ich will halt nicht sagen, man darf da nicht so wählerisch sein. Man darf ruhig wählerisch sein. Aber man muss das vielleicht dann auch anfangen zu trennen, wenn man beispielsweise sehr ambitioniert ist. Gerade wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, also es gibt ja jemanden, es gibt da jemanden zum Beispiel, man sagt, ich will halt wirklich alles machen. Also ich will nicht nur einen Partner für ein bisschen Hallen klettern oder einen Partner für Wald- und Wiesenwanderungen, sondern ich möchte einen Partner, einen fixen Partner, mit dem gehe ich klettern, mehr Seilängen klettern, mache ich alpine Touren, mit dem mache ich Hochtouren, mit dem gehe ich auf Expeditionen, mit dem mache ich alles. Wenn ich sowas suche, dann muss man sich auch mal rein statistisch schon mal überlegen, wie hoch eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in einer Stadt, in einer 1-Million-Einwohner-Stadt, jemanden findet, der das alles mitmachen möchte, der auf einem ähnlichen Level ist, damit man sich quasi nicht, damit sozusagen nicht der eine immer nur den anderen hinterher zieht, egal wer jetzt wer ist, und dann gleichzeitig noch jemanden finden, der dann auch noch sympathisch ist. Also ich würde sagen, beim ersten Faktor, nämlich der Frage nach, gibt es überhaupt jemanden, der das alles so verfolgen will, wie man selber, da wird es schon schwierig. Ich glaube, da wird es, selbst in den Alpenregionen, selbst in Innsbruck, in Bern, in Zürich, selbst da wird es schon schwierig, jemanden zu finden, München, also ich würde sagen, wenn man halt 100 von 1 Million Menschen, wäre schon extrem viel. Ich würde sagen, weniger. Also wir reden jetzt hier nicht von 1 Million Bergstangen, wir reden jetzt hier von 1 Million Einwohner. Dann würde ich sagen, 100 wäre schon krass viel. Jetzt muss man die aber auch finden. Das ist ja jetzt in einer Millionenstadt nicht so einfach. Also man kann natürlich Flyer verteilen, aber das könnte halt auch ein paar schräge Vögel anlocken. So. Und wenn man die 100 dann vielleicht noch findet, und dann fragt, ob die die Zeit dafür haben, ob die das Geld dafür haben, ob die das Interesse daran haben, das auch alles wirklich aktiv zu machen, ob die bereit sind, immer, weil man selber immer nur im Juli Zeit hat, auch sich immer nur im Juli Zeit zu nehmen. Dann würde ich sagen, schrumpfen diese 100 ganz schnell vielleicht auf 10 Personen zusammen. Und dann stellt sich immer noch die Frage, ist auch einer davon wirklich halbwegs erträglich? Und da kommt es dann eben auf die eigene Einstellung drauf an, auf die eigene Frage, wie man, wie, wie, ja, ich will jetzt nicht sagen wählerisch, aber wie, wie konsequent man seine eigenen Anforderungen an eine Persönlichkeit durchsetzen möchte, oder eben nicht. Ob man flexibel ist, sag ich jetzt mal, wie ein Mensch so drauf ist. Aber selbst da muss man sagen, irgendwie wirkt sich das alles immer direkt oder indirekt aus. Man kann das, wie schon zu Anfang gesagt, nicht vollkommen voneinander loslösen. Wenn man da beispielsweise Menschen hat, die, ja, vielleicht extrem egoistisch sind und man selber aber jemand ist, dem das wahnsinnig wichtig ist, dass man nicht egoistisch ist, dass man für andere Menschen immer da ist und hilfsbereit ist, dann wird das sehr schwierig im, im, im Bergsport, dass sich das alles dann auf einmal komplett ändert. Wenn jemand nicht mal die Tür aufhalten kann für eine andere Person, weil das ist ja nicht mein Problem, so nach dem Motto, dann wird das nicht so anders sein am Berg. Dann wird man sich auch da drauf einstellen müssen, dass diese Person in erster Linie an sich selber denkt. Also diese persönlichen Charakterzüge, die wirken sich dann auch immer ein bisschen auf den Bergsport aus. Die Frage ist nur, ob sie sich auch auf die eigene Wahrnehmung der Seilschaft dann beispielsweise negativ oder positiv auswirken oder eben nicht. Also die Sache mit dem Egoismus beispielsweise, das kann durchaus sein, dass das dann im Bergsport auch ein gefährliches Problem werden kann und dann muss man aber auch die Härte haben und sagen, okay, du bist der eine von den zehn von den eine Million Menschen, aber trotzdem bist du es nicht. Oder ich bin es nicht für dich, wie man das halt jetzt auch sich auslegen möchte. Man kann ja auch mal davon sprechen, um das jetzt mal nicht die ganze Zeit so ichbezogen zu formulieren, dass man sagen kann, okay, du hast mit mir nicht den richtigen Partner gefunden. Du brauchst doch jemand anders. Und deswegen verstehe ich auch diese Not, dass man sagt, okay, ich finde einfach niemanden für meine Projekte und das Problem ist natürlich, je spezieller die Projekte werden, umso schwieriger wird es auch einen fixen Partner zu finden. Denn ein Fixerpartner für Expeditionen beispielsweise würde ja bedeuten, das muss ein Fixerpartner für Hochtouren, für alpine Meersallängen, für klassisches Meersallängen klettern, für Sportklettern, aber auch fürs Trailrunning, fürs Wandern, fürs Trainieren, fürs Krafttraining und so weiter sein, weil das ist ja ein fixer Partner, an den ich mich für eine Sache wie eine Expedition ja wirklich lange auch gewöhnen muss und mit dem ich auch wirklich, wirklich, wirklich gut zurechtkommen muss. Und da sehe ich eben diesen Punkt, der auch mir persönlich über die letzte Zeit ein bisschen zu denken gegeben hat, da ich früher wirklich der Meinung war, wenn man einfache Bergtouren geht, dann kommt man immer mit allen zurecht, wenn man ein bisschen flexibel ist, sage ich jetzt mal. Aber das musste ich tatsächlich revidieren, dieses, diese, diesen Ansatz. Denn auch bei den einfachen Hochtouren, äh, bei den einfachen Bergtouren, ist es schon so, dass man, dass man sich dann manchmal auch fragt, habe ich dann jetzt nicht einfach nur meine Zeit und meine Energie verspendet, weil ich mich mehr über eine Person geärgert habe, als dass ich eine Freude an der Bergtour hatte. Und deswegen verstehe ich das oder verstehe alle Menschen die Schwierigkeiten, dabei einen Partner zu finden für gewisse Touren, gerade im Expeditionsbergsteigen oder im neuen oder im extremen High-End, Extrembergsteigen quasi, da verstehe ich das auch sehr gut, dass viele Leute dann sagen, komm Scheiß drauf, ist mir egal, ob die Person jetzt unsympathisch ist oder sympathisch ist, sie ist die einzige Person, mit der ich das durchziehen kann, sie ist die einzige Person, die vielleicht Technik hat, die Kraft, den Willen, die Ambitionen und so weiter. Und da will man dann quasi nicht abspringen, weil die Wahrscheinlichkeit ja eh so gering ist, dass man wieder den neuen findet. Und da gibt es dann wirklich viele Zweckgemeinschaften, die einzig und allein den Zweck haben, als Seilschaft auf einen Berg zu kommen, weil es alleine beispielsweise zu gefährlich oder unmöglich wäre. Und das ist etwas, da muss man lange drüber nachdenken, ob man bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Ich persönlich sehe Bergsport nämlich schon als eine Gemeinschaftsaktivität. Ich weiß, viele Leute sind gerne allein unterwegs und viele Leute genießen die Einsamkeit in den Bergen und das verstehe ich vollkommen, aber ich finde es immer noch schöner, persönlich mit einem Menschen von einem Gipfel aus ins Tal zu schauen, als ganz allein oben zu stehen. Das hat für mich den Grund, dass für mich einfach mit Bergsport immer schon auch eine menschliche Komponente zusammenhängt. Ich bin gerne allein auf Gipfeln, aber wenn jemand Zeit hätte, den ich persönlich schätze, egal ob jetzt als Bergsportpartner oder als Privatperson, dann bin ich trotzdem lieber mit dem unterwegs als alleine, um es mal vielleicht so auszudrücken. Und deswegen, ich finde das dann nicht so schön, wenn man sagt, ja, ist mir wurscht, ob der jetzt nett ist oder nicht oder ob ich mit dem was anfangen kann oder nicht, er ist einfach, er ist mein Mittel zum Zweck, damit ich auf diesem Gipfel stehen kann. Mir wirkt das alles ein bisschen zu herzlos. Ich sage nicht, dass diese Leute herzlos sind, aber für mich persönlich wäre das nichts, weil mir fehlt da dann so ein bisschen die menschliche Komponente. Es braucht schon eine gewisse Grundsympathie für mich persönlich, um jetzt quasi in einen subjektiveren Teil zu kommen. Es braucht eine menschliche Komponente, eine Komponente der Sympathie, die für mich zusammenpasst, damit man erfolgreich ist, weil Erfolg für mich in den Bergen nicht nur bedeutet, auf einem Gipfel zu stehen, wie das im Extremsport ja oftmals so ausgelegt wird. Erfolg bedeutet für mich auch eine schöne Zeit gehabt zu haben, eine tolle Zeit, eine Zeit, auf die man auch in zwei, drei Jahren nochmal gerne zurückblickt. Und das ist mir viel mehr wert als jetzt der Gipfel allein und deswegen sind Zweckgemeinschaften für mich nicht das Richtige. Und deswegen ist es auch für mich nicht immer einfach, Tourenpartner zu finden. Gerade wenn die Projekte spezieller werden, wird es für mich sehr, sehr schwierig, weil spezielle Projekte erfordern einen Menschen, der das möchte und spezielle sind die Dinge ja nicht ohne Grund. Deswegen wird die Zielgruppe dadurch sehr, sehr stark eingeschränkt und da fallen dann eben sehr viele Leute raus, mit denen ich einfache Bergtouren sehr gerne mache, weil ich sie sehr sympathisch finde. Und ich gebe auch gerne zu, ich versuche gerne immer wieder mal Leute, mit denen ich gerne unterwegs bin oder in denen ich das Potenzial sehe, dass wir auch am Berg und nicht nur privat gut miteinander funktionieren würden als Seilschaft, versuche ich gerne auch den Anstoß zu geben, mal was Neues auszuprobieren oder sich weiterzubilden und so weiter, ohne da jetzt Druck machen zu wollen, aber weil es einfach wirklich nicht leicht ist. Und deshalb, Seilschaften sind was Wichtiges, Seilschaften sind übrigens auch was sehr Fragiles und die Tatsache, dass Partnerseilschaften, und ich möchte das nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist, wenn man mit seiner Partnerin oder seinem Partner eine Seilschaft gründet, unter Anführungszeichen, und das dauerhaft so betreibt, auch die sind sehr fragil und auch die können vor allen Dingen Probleme dann abseits der Berge verlagern und das sollte man immer gut bedenken und wirklich lang darüber nachdenken, ob es einem das wert ist und was man da eigentlich wirklich riskiert. Das ist so mein Schlusswort, Seilschaften sind was Cooles, Seilschaften sind was Wichtiges, aber sie sind was Zwischenmenschliches und deswegen sollte man sich damit auch beschäftigen und Seilschaften übrigens sollen auch gepflegt werden und nicht nur am Berg, sondern auch abseits der Berge. Das ist zumindest wieder meine Meinung als dieser Typ, der eben nicht nur Zweckgemeinschaften für gut hält, sondern auch so ein bisschen was dazwischen quasi. In diesem Sinne, ich würde ja wie gesagt sehr interessieren, in was für Seilschaften ihr so unterwegs seid oder in was für Konstellationen. Das würde mich sehr interessieren. Ihr könnt mir das auch gerne, wenn ihr das ganz privat machen wollt, nicht in YouTube-Kommentare schreiben wollt, an kontakt at alpenacademy.at schreiben. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, Bergheil!